So, Kip Supernova hier, es geht weiter mit Destroy All Humans, One Giant Step on Mankind. Jawohl, das ist mal eine Ansage. Und wir setzen das Spiel natürlich fort und gehen in eine neue Mission. Neue Mission, Alien Pool Party. Oh, das ist ja mal was. Das ist ja mal was. Ja, das ist genau nach meinem Geschmack. Also, eine Pool Party, nichts mehr los. Außerirdische Pool Party. Wenn Holobob durchschaut wird, musst du alle menschlichen Zeugen ausschalten. Ja, das habe ich auch gemerkt. Mir schwand aber, dass diese Pool Party nicht mit Wasser passiert, weil wir ja Wasser nicht vertragen. Da wären wir, Krypto. Das sonnige Santa Modesta. Mach als erstes das Alper-Wirchen der Siedlung ausfindig. Leider hatten wir so einen Einblick in die wirren Sozial-Hierarchien der menschlichen Gesellschaft. Krypto, als erstes solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Auf dieser Mission ist es äußerst wichtig, dass du völlig unerkannt bleibst. Fliegt eine wahre Gestalt auf, ist die Mission gelaufen. Hm. Also, vor allem sehr schön hier. Gut, ins Wasser dürfen wir nicht. Auch wenn es sehr verlockend aussieht. Scannermenschen, finde ich. Das Alpermännchen, ja. Wo? Wo müssen wir hin? Das ist eine sehr schöne Gegend. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Jupp. Ich habe Angst vor Virginia Woolf. Was ist denn das hier eigentlich? Ah! Warte mal, da war doch vorhin auch mal so ein Ding, Steiner. Da muss man einfach durchlaufen durch die Dinger. Ah, okay. Alter, aber vorhin... Ach, ist es nicht schön, unser Raumschiff? Wunderschön. Ja, wir verlieren unsere menschliche Gestalt. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Oh, wie sehen wir denn aus? Wie so eine Omi. Oh, Mann. Ich kenne alle Menschen, die du aufspielen kannst. Sie könnten dir verraten, wo sich das Alpermännchen auffällt. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt leben. Ah, hier geht's zur Poolparty. Ja, wunderbar. Hm. Pass auf, wo du lang gehst. Halt. Hat jetzt ihre Brille verloren? Sieht ja genauso aus. Da wollte wohl jemand was sparen, hm? Ah, okay. Majestic-Agenten verwenden Störsender. Wenn Majestic-Agenten von Vergessen oder Ablenkung kontrolliert werden, können sie keine Holopop-Tarnungen durchschauen, also mit dieser Ablenkung. Oder Vergessen. EMP-Minen müssen entschärft werden, damit die Holopop-Tarnungen nicht stören. Ach, damit sich die Holopop-Tarnungen nicht stören. Berufe auf der Minimap die Wirkungsreichweite, um ihren Pimien und Agenten auszuweichen. Was für ein toller Kerl. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt leben. Der Bürgermeister ist mal ein wirklich guter Redner. Nur schade, dass sein Kurzzeitgedächtnis seinen Knacks weg hat. Er sagt immer wieder die gleichen Sachen. Der Bürgermeister kann alles antatschen und damit durchkommen. Auch bei mir. Ah, da. Was ist jetzt das wohl so stört? Ah. Pass auf. Nein. Sie wollen. Jetzt haben die Menschen dich bemerkt. Kommt sofort zum Mutterschiff zurück. Kommunisten. Oh. Ach, dieser Agent war dieser Stördingens. Ah. Krypto, als erstes solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Auf dieser Mission ist es äußerst wichtig, dass du völlig unerkannt bleibst. Flieg deine wahre Gestalt auf. Ist die Mission gelaufen. Oh. Cool. Da. Na, jetzt sehen wir wesentlich besser aus wie vorhin. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Vermutlich verwacht mit ungefährlich. Circa ein Meter groß und wurde zuletzt mit einem Halloween-Cocktune gesehen, das einer riesigen Taube ähnete. Meine Güte. Kleinwünschen. Vielleicht habe ich bei der Poolparty heute ja mal Glück. Treffe ein paar sexy Single-Frauen. Schieb ein paar Nimmerchen. Gut, dass ich meine Ausgehunterhosen anhab. Das war ja da, ne? Ja. Ich liebe einen Mann in Uniform. Oh, Moment. Ich bin ein Mann in Uniform. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Scheiße. Ah. Und jetzt ist niemand. Geh doch. Mach. Oh. Was würde er messen? Niemals Messer zum Erschießen. Ach. Ah. Kommt mal zum Mutterschenk zurück. Mhm. Krypto, als erstes solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Auf die Mission ist es äußerst wichtig, dass du völlig unerkannt bleibst. Flieg deine wahre Gestalt auf. Ist die Mission gelaufen? Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Dann nehmen wir wieder den. Vielleicht habe ich bei der Poolparty heute ja mal Glück. Treffe ein paar sexy Single-Frauen. Cheap ein paar Nimmerchen. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Hey. Dieser Erlier-Nest dürfte mich jederzeit berühren. Du lieber Himmel. Habe ich das gerade wirklich gedacht? Ja, das hast du. Ob ich jemandem mit meinem Schlagstock eins verpassen sollte? Wäre sicher lustig. Solche Gedanken haben Polizisten. Ei, ei, ei. Eigentlich würde ich gerne dirigieren. Also Tiere dirigieren. Von einem Feld zum anderen. Ja, das könnte mir gefallen. Schlagstock. Cheap. Dir scheint ein soziales Ritual der Menschen ein Geheimnis zu bilden. Vielleicht kannst du sie scannen, um mir zu erfahren. Ein paar Typen. Nein! Na schon. Versüß mir den Tag. Also ich darf... Na, Samuel! Pass auf, wo du hinläufst! Reiß dich zusammen, Mann. Reiß dich zusammen! Überall sind Halunken. Ich bin nur das also anders, wenn du vor der Bürgermeister noch nimmst. Der Bürgermeister kann alles antatschen und damit durchkommen. Auch bei mir. Wenn das hier eine Poolparty sein soll, warum ist da niemand tatsächlich im Pool? Manche Leute nennen mich Joe Sixpack. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe noch nie auch nur einen Sit-up gemacht. Es ist fast so, als wären wir in eine Zukunft mit Farbfernsehen gereist, wo sie eine Sendung über unsere glückliche Zeit und den Santa Modesta gedreht haben. Man sollte doch denken, dass ich mich all meiner Macht in dieser Stadt endlich diese dämlichen Poolpartys verliehen könnte. Immerhin haben wir den Hühnertanz eigentlich abgeschafft. Dieser Bürgermaster ist eine Lachnummer. Genau wie die Poolparty. Mischen wir den Laden auf! Und wie? Und wie? Erdränke Partygäste. Ja. Ja. Du bist so, was du denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das zu? Barschian! Gute Morgen, König! Warte Zeit! So was heißt mit dir? Freak! Hallo, Sauber! Komm! Komm schon, weg! Ich brauche einen Eistee. Lass mich runter! Lass mich runter! Du bist gültiger! Das ist dein Außerirdischer! Die ist dein Außerirdischer! Dummerweise scheinst du die örtlichen Ordnungshüter aufgescheucht zu haben. Sei auf der Hut. Du wirst eine neue Waffe brauchen, um mit der Polizei von Santa Modesta klar zu kommen. Ich schalte dir deinen Desintegrator frei. Teste ihn an den Bullen. Desintegrator? Wo ist die? Wo? Die Bullen! Halt! Die Scheiße! Außerirdische! Extraterrestrische! Hilfe! Extraterrestrische! Verfallen lass die Eier! Äh... Kleine grüne Männchen! Hallo? Stehen, Land. Stehen, Land. Zur Seite mit dir. Hilfe! Zerstören Polizeiautos. Außerirdischen versorgen! Ich habe dich auf. Gut geschossen, Kurdo! Beleg dich! Assigniert! Mal die Zeit! Hallo? Steht den Schuss? Ach! 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 Oh! Oh! Ja! Wilder Affe ausgeschaltet! Verrotteter Leichnamen verbreitet! Gestank in Sandermunde ist das vorgestellt! Na danke! Wilder Affe! Ich muss erst mal gucken, wie da 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 Ja, auf ein neues Ja, ja Perfekt! Ich muss erst mal gucken, wie da 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 Ich bin nicht mein eigenes Feuer, wenn man ihn braucht Ich muss erst mal gucken, wie da 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 Ich muss erst mal gucken, homo Ja! Ich muss erst mal gucken, wie da Boah, wieviel sind das noch? Ach, geschafft? Heiligsblechle! Wahnsinn beim Motelparty, Jugendliche von Santa Modesta in Jazz-Hysterie verstrickt. Und hier gibt es auch Lima-Butterbohnen. Sehr schön. Jetzt sind wir schon hysterische Jugendliche. Also, was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel ungebremster Wut? Kaskadierende Entzünder. Dauerfeuer erhöht den Schaden am Ziel und kann es in Brand setzen. Jawoll, das nehmen wir. Gut. Ja. Das war's für heute. Das war die Poolparty. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie ein paar randalierende, außerirdische Jugendliche die Erde tyrannisieren und einfach ein bisschen für Chaos hier sorgen. Ja. Also, ich setze mich mal wieder auf die andere Seite. So. Das war's dann für heute. Destroy all humans. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kip Suwanova. Over and out. kip Suwanova. Anger. Die M凍. int. Vielen Dank.